Die Situation von Jugendlichen hier auf der Station ist, dass gerade bei einem längeren Krankenhausaufenthalt entsteht vor allem erst einmal Langeweile und Unzufriedenheit. Mit Hilfe unserer technischen Mittel versuchen wir die Kinder über bevorstehende Untersuchungen aufzuklären. Das soll auf eine spielerische Art und Weise geschehen. Ein Spiel mit einem Kind zusammen kann manchmal ein wunderbarer Türöffner sein und ich beobachte, dass ich den Kindern durch diese Aufklärung die Angst vor bevorstehenden Untersuchungen nehmen kann. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen für das Megalos. Zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner der heutigen Prämienziehung können sich über große und kleine Geldbeträge freuen. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 838 526 und jeweils 1.500.000 Euro entfallen auf die Endziffern 4733 945. Herzlichen Glückwunsch! Du bist ein Gewinn! Geil! Geil!